Das ist Toni Marschall. Heute hauen wir auf die Pauke, ja wir wachen durch bis vorgefühl. So ein Tag so schön wie heute ist für uns die beste Medizin. Und alle! Komm gib mir deine Hand, denn heute feiern wir. Wir sind so froh, genau, und haben einen Grund dafür. Es wird ja Platz gemacht, solange ist die ganze Bude begann. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sagen wir Gute Nacht. Ja, aber, aber, du! So viel Plagen, das schlägt nur auf den Magen. Warum sie streiten, wenn es schöner ist, sie zu vertragen. Das Leben ist doch viel zu kurz, vom Zeitgeschein. Und alle mal schunkeln! Sich über dieses und jenes zu ärgern, ist immer noch Zeit. Wer sich heute ärgert, ist sehr schuld, Freunde. Stimmung! Sing! Heute hauen wir auf die Pauke, ja wir wachen durch bis morgen früh. So ein Tag so schön wie heute ist für uns die beste Medizin. Komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir. Wir sind so froh, genau, und haben allen Grund dafür. Es wird ja Platz gemacht, solange ist die ganze Bude begann. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sagen wir Gute Nacht. Es wird ja Platz gemacht, solange ist die ganze Bude begann. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sagen wir Gute Nacht. Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, goodbye. Na, 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 na. твор też zł concludes. Woho, woho! Am Rosenmontag, am 10. Februar, Gottil Fischer, die Flippers, Jürgen Dreefs, Turbin Weibvoll, Albin Schwab, ein 100-jähriger Trompeter und Martin Dombrovski. Auch noch mit dabei, wunderbar. Und der Uwe war auch dabei, nur der hat die ganze Show verschlafen. Es war mir ja so peinlich, entschuldige bitte. Am Schluss bist du aufgewacht, du hast nichts versäumt, es war ein Riesenfest. Du hast mir ein Liebeslied gesungen, ein Schlaflied gesungen. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du schon, schläfst du schon? Es wird heute nicht passieren, denn ich habe meine Schwestern mit dabei.